Willkommen zu Fortnite! Heidensieg mit Maxify, Fures, Fix und Pi... Piso... Piso? Pin... So, Pin heißt er. Der Gewinner kriegt 100 Euro. Der, der sich am besten in Greasy Grove verstecken kann. Derjenige, der sich am besten von Maxify abhauen kann. In einer Stadt, wo es kaum Verstecke gibt. Wer wird der Gewinner sein? Schaut euch das Video an. Gerne bis zum Ende durchgucken. Oh, es geht los! Scheiße, Shad, wo kann ich mich verstecken? Hier gibt's gar nichts. Hier gibt's einfach gar nichts. Aber es gibt keine Map oder so jetzt, ne? Wie weit? Ja, nur die Stadt. Also, du darfst nicht aus der Stadt raus. Oh, Ripp, Alter. Hier kann man wirklich gar nicht verstecken. Hm... Das ist so schwierig, der Ort, ne? Das wird eine schnelle Runde. Das wird echt eine schnelle Runde, ey. Oh, ist der in deinem Kopf? Ja, der ist... Der Tomatenschädel? Schwierig. Ich hätte ein anderes genehmen müssen. Aber, ja. Könnt ihr nicht checken. Wobei, du bist schon sehr rot. Ja, aber das Zelt hat er auch nicht gecheckt. Das ist einfach Banger versteckt. Hahaha. Aber wohin sonst? Hier ist nix. Damit geh auf den anderen Sitzplatz, dann ist das Auto aus. Ja, weil dann kann er nicht sofort wegfahren. Aber ich kann direkt wegfahren, wenn er mich sieht. Ja, das ist auch smart. Oh, Dennis, die selbe Idee wie ich? Ja, ach. Ich believe, dass Maxi the lost ist und vorbeirinnt. Hat er schon mal bei Tim, als fix ein Zelt war, ist einfach ein Zelt vorbeigelaufen. Die Zeit ist rum. Glaub ich. Glaub ich. Keine Ahnung. Ich komm jetzt, okay? Ja. Komm doch. Nee, bleib mal weg. Fix, Alter. Mach die T-Pose beim Taco, ey. Der macht einfach die T-Pose beim Taco. Oh boy, oh boy. Ich bin so aufgeregt, ne? Kokos! Kokos unter dir! Bro, lauf doch nicht! Essig deine Steps! Das war der Weltmeister im Hide and Seek und ist raus. Sieht den jemand? Ja, der war in dem mittleren Gebäude. Nee. Ja, mittleres Gebäude. Oh, er ist immer noch unter dem Pilz. Ja. Hier ist er? Ja, ja, ja. Der läuft so vor das. Oh, Fufo. Fufo. Nee, mich sieht er nicht. Ich bin im Gebüsch. Easy. Weiß ich nicht. Du hast einfach 2016 Trolling-Videos. Ah. Easy. Ah, der hat's nicht gesehen! 2016 Trolling-Videos. Er ist weggelaufen, der ist weggelaufen. Ist er echt an dir vorbeigelaufen gerade? Ja, der ist weggelaufen. Der hat den Busch nicht gecheckt. Nein, glaub ich nicht. Der hat den Busch nicht gecheckt. Oh, oh. Fix, was hast du gemacht? Der streckt neben mir! Nein, auf gar keinen Fall! Der streckt neben mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Was ist das? Geh weg von mir! Geh weg von mir! Andere Richtung! Oh mein Gott! Zweiter ist raus! Ah! Ihr Loser! Geht weg von mir! Geht weg von mir, Alter! Ey, jedes Mal, wenn er zu mir guckt, denk ich mir, Alter, jetzt sieht er mich. Hast du das Auto angemacht? Ey, Sam! Nein! Sam fahr doch nicht weg! Nein! Ey, geh weg, Gamer! Du musst dich woanders verstecken! Nein! Du musst woanders hingehen! Oh, close! Du bist ja raus! Wo ist Maxi? Da hinten ist so ein Berg! Da hinten ist so ein Berg! Da musst du hin! Wenn du raus bist! Fährt Maxi mal im Auto? Ne, ich bin dann! Geh weg! Und wer noch? Geh weg! Ich bin auch noch hier! Geh weg, Maxi! Geh auf Maxi! Geh auf Maxi! Geh auf Maxi! Ich weiß aber auch nicht mehr, wo er ist! Wie er mich ganz selten angeguckt hat, Maxi, ne? Und ich dachte mir, okay, das... Mit dem Auto war geil! Ja, 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 ja! Der guckt, der guckt, der guckt und ich steig da oben weg! Ja, der ist neben Bowser! Maxi ist direkt neben Bowser! Alter, Bowser, was hat der für ein EQ versteckt? Der hat... Ist er in dieser Röhre drin? Ich glaube, ja! Schon wieder fix! Oh, nein! Fix! Ey! Ey, die machen mein Versteck kaputt, die zwei da! Oh, der ist bei mir! Ja! Der hat jemanden gefunden, der Kokos... Achso... Der war schon raus! Alle, die tot sind, gehen nach Paziposi am besten! Das sehen wir noch voll viele, ne? 2... 6, oder? 6, ja! Oh, er hat das Haus auf ein Feuer gesetzt, Junge! Oha! Der Junge ist krank! Smart! Einfach keine Verstecke bieten! Hallo, Aichi! Hey! Hab ich dich! Fix! Geh weg! Komm her! Nein! Lass mich, Mann! Du exposed mich! Komm her jetzt! Du exposed mich, Mann! Räuliger! Lass mir meine 10 Euro! Ich hab Frauenkinder! Ich hab Frauenkinder! Ich hab Frauenkinder! Hab Morgensaus verschuldet, ey! Ich hab Schulden, Mann! Darf ich eigentlich Shockwave-Granaten benutzen? Ach, mach einfach! Mach einfach, ja! Aber Bowser hat ein starkes Versteck! Maxi hat noch 30 Minuten! Boah, Alter, dein Versteck ist halt übel offen, aber auch! Wer? Ich? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, schon! Aber hier hat er Posi gefunden, deswegen hoffe ich drauf, dass er nicht nochmal vorbeikommt! Das ist wie auf Madeira auf dieser... Mit dem Bett! Ja, mit dem Bett! Oh! Junge! Warum hilfst du ihm? Du bist nur Kameramann! Weil... Nur wegen ihm hat er keine 1000 Euro gewonnen! Ist jetzt hinten bei Bensi, oder? Ja! Bensi raus! Oh, oh! Noch 4, Leute! Wir sind fast in den Top 3! Nein! Schmeißt keinen Bots! Toll, jetzt kommt er zu mir wegen nem Scheiß-Bot! Genau unter Stan! Mhm! Ist er wirklich gegangen? Er steht neben dir! Ich werde mich nicht drehen! Ja, bleiben wir mal sitzen! Wenn du dich nicht drehst, dann sieht er dich, oder? Ich rieche! Ah! Okay, Top 3! Bowser ist halt strong, oder? Bowser ist halt richtig strong! Aber ihr werdet wahrscheinlich nochmal verstecken müssen! Ja! Dann gehe ich da hin, wo Bowser war! Ja, Mann! Würde ich auch machen! Wo ist er? Der hat jetzt nen Schwein! Hat er mich gesehen? Nee! Hat er nicht, hat er nicht! Der fährt! Oh mein Gott! Kommt zu Lotus? Vielleicht? Ja, geht zu Lotus! Oh, er bewegt sich, er bewegt sich! Lotus ist raus! Top 2! Oh shit! Finale! Finale! Ich glaube Finale, ne? Ja! Finale! Ist Stan im Finale? Ja! Ey Stan, du wirst mit dem Außerheimen kommen, ne? Tja, cool, ne? Ja! Ihr habt mich doch vermuselt! Okay, kommt mal dahin, wo wir am Anfang eben angefangen haben! Also die Finalisten! Wo warst du? Du warst oben drin? Ja! Da wo Posi war! Oh Mann! Man guckt nie da, wo schon einmal jemand drinnen war! Okay, ihr beiden habt jetzt nochmal genau eine Minute Zeit, um euch umzuverstecken! Mit Fang ist ein bisschen doof hier, deswegen viel Spaß beim Umverstecken! Okay, eine Minute beginnt ab! Jetzt! Äh, gleiches Verstecken darf man nochmal, oder nicht? Mach ruhig! Kann man überhaupt in das Rohr rein? Nee, ne? Scheiße, wo verstecke ich mich? Ich versuch's hier! Bauen dürfen wir nicht! Wir dürfen nicht bauen! Dan, Vorsicht, der kommt zu dir! Nein, Bowser! Oder hat er ihn nicht gesehen? Doch, doch! Er sucht ihn! Ah, er hat bestimmt irgendwelche... Oh! Lauf, Bowser! Lauf! Um dein Leben, Junge! Fiks! Was machst du? Ich hätte gewonnen! Fiks! Fiks! Irgendwo sabotiert! Dan hat genug Geld! Lauf! Nein, ich bin gleich... Er hätte tatsächlich Bowser gekillt! Ja, ja, doch! Nein, Bowser! Ich hab dir so gute Chance gelassen, Bro! Als ob das so mietig ist! 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 Ja, ja, ja! Lauf Stan hinterher! Lauf Stan hinterher! Ach du Scheiße! Warte, läufst du nicht in die Arme, Stan? Nee! Alter, Bowser! Was bist du für ein Snitch? Das merk ich mir! Ich wurde noch nie in meinem Leben so hart gesnitcht, ey! Alter, wurde ich gesnitcht! Bowser läuft wieder zu Stan! Erst beim großen Haus! Oh nein! Oh nein! Der hat ihn gesehen! Ich glaub, Maxine stellt sich extra an, weil er weiß, dass die da innen das nicht ist. Bowser fühlt zu Stan! Erst beim großen Haus! Beim großen Haus hier! Ey, ich spiel nicht nur gegen Maxine, ich spiel auch gegen die anderen drei! Ja, los! Nein! Nein! GG! 10 Euro! Ja, also... Guten Tag! Wo warst du? Erst war ich unter der Tankstelle, dann hat Bowser mich gesnitcht und dann bin ich zu einem Taco gelandet. Achso, ich hab dich nie gefunden. Ja, ich war unter der Tankstelle. Wuuu! Ich hab Bowser schon eine gute Chance gelassen und dich weggesnipet und er rennt einfach nicht weg. Ich dachte nicht schon, dass er mich extra gekillt hat, weil ich ihn gefunden habe. Hast du ihn denn gesehen da, in dem Moment? Ja, ich hab die ganze Zeit Bowser beobachtet. Ich dachte mir so, okay, was macht er jetzt? Und auf einmal werde ich gesnipet von Stan. Ich dachte so, nein, er ist so... Nein, nicht von mir! Vom Fix! Hast du Stan nicht gesehen? Bowser ist dann zu Stan gelaufen. Nein! Ich hab ihm... Ich weiß nicht wo. Ich meinte nur so, oha, wär jetzt richtig cool, wenn er ihn snitcht. Ja, hat er auch. Der ist voll zu mir gelaufen. Ich hab ihn nicht gefunden. Wuuu! Dankeschön! Du bist der Beste! Oh mein Gott! Ich möchte diesen Preis auf jeden Fall, meinen Zuschauer Rhythmen, die haben mich zu diesem Punkt gebracht an diesem Tag, zu diesem Moment, diesem glorreichen Tag. Ein kleiner Schritt für die Tomaten, aber ein großer für mich. Langweilig. Ich geb deiner Rede drei Punkte. Oh! Oh! Jetzt kriegst du das Geld doch nicht. Didi! Ja, war wieder sehr schön. Dankeschön, Maxi, wieder für die Einladung. Kussi, kussi. Jetzt machen wir viel Corner Challenge, ne? Ja, perfekt! Und wenn euch der Win gefallen hat, wollt ihr jetzt auf der rechten Seite noch auf das Video klicken. Dort gibt es noch mal ein paar Reihen nice Gratis-Items und Map-Änderungen, die und Updates in der nächsten Zeit, die auf euch zukommen. Wer würde mich freuen? Dann gib mir Flasse! Ja!